Es war Anfang 1863, als Londons noch nicht eröffnetes U-Bahn-System, das erste seiner Art weltweit, die Stadt in Aufruhr versetzte. Ein Loch unter der Stadt zu graben und darin eine Eisenbahn zu verlegen, schien der Stoff zu sein, aus dem die Träume sind. Die Pappgänger spotteten über die Idee und ein örtlicher Pfarrer beschuldigte die Eisenbahngesellschaft in die Hölle einbrechen zu wollen. Die meisten glaubten einfach, dass das Projekt, das nach heutigen Maßstäben mehr als 100 Millionen Dollar kostete, niemals funktionieren würde. Aber weit gefehlt. Am 10. Januar 1863 wagten sich 30.000 Menschen in den Untergrund, um auf einer vier Meilen langen Strecke in London mit der ersten U-Bahn der Welt zu fahren. Nach drei Jahren Bauzeit und einigen Rückschlägen war die Metropolitan Railway betriebsbereit. Die Verantwortlichen waren sehr erleichtert. Sie suchten verzweifelt nach einer Möglichkeit, dem schrecklichen Verkehr auf den Straßen Herr zu werden. London, damals die größte und wohlhabendste Stadt der Welt, befand sich in einem ständigen Zustand des Stillstands. Fuhrwerke, Krämer, Kühe und Pendler verstopften die Straßen. Es war ein viktorianischer Visionär, Charles Pearson, der als erster daran dachte, Eisenbahnen unter die Erde zu verlegen. Er hatte sich in den 1840er Jahren für unterirdische Züge eingesetzt, aber Gegner hielten die Idee für unpraktisch, da die Eisenbahn damals nur durch kurze Tunnel in den Bergen fuhr. Wie sollte man eine Eisenbahn durch das Zentrum einer Stadt führen? Die Antwort war ein einfaches System namens Graben und Abdecken. Die Arbeiter huben einen riesigen Graben aus, bauten einen Tunnel Ziegelgewölben und füllten dann über dem neu gebauten Tunnel wieder Erde auf. Da dies mit erheblichen Beeinträchtigungen verbunden war und den Abriss von Gebäuden über den Tunneln erforderte, verlief der Großteil der Strecke unter bestehenden Straßen. Natürlich gab es auch Unfälle. Einmal überschwemmte ein heftiger Regenguss die nahegelegenen Abwasserkanäle und durchbrach die Baugrube, was das Projekt um mehrere Monate verzögerte. Doch sobald die Metropolitan Railway eröffnet war, strömten die Londoner herbei, um mit den neuen Zügen zu fahren. Die Metropolitan wurde schnell zu einem wichtigen Bestandteil des Londoner Verkehrssystems. Bald wurden weitere Strecken gebaut und um die Bahnhöfe herum entstanden neue Vororte. Große Kaufhäuser eröffneten neben der Bahnlinie und die Eisenbahngesellschaft schuf sogar Attraktionen. Wie ein 30-stöckiges Riesenrad in Earls Court, um mit dem Zug Reisende anzulocken. Innerhalb von 30 Jahren erstreckte sich das Londoner U-Bahn-Netz über 80 Kilometer, wobei die Linien im Stadtzentrum in Tunneln verliefen und die Vorortzüge an der Oberfläche oft auf Dämmen fuhren. Aber London wuchs weiter und jeder wollte an das System angeschlossen werden. Ende der 1880er Jahre war die Stadt zu dicht mit Gebäuden, Abwasserkanälen und Stromkabeln bebaut, sodass die Graben- und Abdeckentechnik nicht mehr funktionierte. Es musste also ein neues System entwickelt werden. Mit einer Maschine namens Great Head Shield konnte ein Team von nur zwölf Arbeitern die Erde durchbohren und tiefe unterirdische Tunnel durch den Londoner Lehm graben. Diese neuen Linien, die sogenannten Tubes, also Röhren, lagen in unterschiedlichen Tiefen, in der Regel aber etwa 25 Meter tiefer als die Graben- und Abdeckenlinien. So wurde die Oberfläche beim Bau nicht beeinträchtigt und es konnte unter Gebäuden gegraben werden. Die erste U-Bahn-Linie, die City in South London, wurde 1890 eröffnet und erwies sich als so erfolgreich, dass in den nächsten 20 Jahren ein halbes Dutzend weitere Linien gebaut wurde. Diese clevere neue Technologie wurde sogar genutzt, um mehrere Linien unter der Thämse zu verlegen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten auch Budapest, Berlin, Paris und New York ihre eigenen U-Bahnen gebaut. Und heute, da mehr als 160 Städte in 55 Ländern unterirdische Schienen zur Bekämpfung von Verkehrsstaus nutzen, können wir Charles Pearson und der Metropolitan Railway dafür danken, dass sie uns auf den richtigen Weg gebracht haben. Bist du bereit für weiteres Wissen? Schau dir diese Videos an, um dein Wissen zu testen oder mehr über das zu erfahren, was du noch nicht weißt. Abonnieren und wissbegierig bleiben.